Hallo Leute, willkommen zurück zu Megaman X3 und ich will in die Rhino-Stage, obwohl ich noch nicht einmal bei Rhino war und der auch wieder ähnlich wie der Buffalo-Typ, richtig groß aussieht. Boah, der durch die fiese Hitboxen bestimmt. Tanne Rhino. Aber gut, ich habe jetzt eine coole Frost-Shield-Weapon, der nicht eher aussieht wie eine Eis-Weapon. Und diese komische, diese komische schwarze Loch, was macht denn das jetzt? Mal ein bisschen hier rumballern. Das macht gar nichts. Ja, aber der zieht einfach Sachen an. Der zieht bestimmt Sachen an, oder? Vielleicht kann ich da auch ein bisschen zum, vielleicht soll man das eigentlich benutzen, um so ein bisschen, ja, Sachen zu sammeln. Oder was, Mann? Boom, 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 yeah, wow. So, das ist auch eine lange Stage. Ach, Mann, bisher war echt die Bifrost-Stage, die kleinste. Hups. Ach, Mann, hau doch mal ab, Mann. du ddm das war die mucke fährt so richtig ein ddm so warte mal ist denn jetzt hier dieser komische block hier kann ich den das sieht ja so komisch aus wie ein krass so oh, abgeblock boah, guck mal, wenn das irgendwie landet denn voll tschück aber ich krieg damit nicht kaputt mann vielleicht mit dem ding, ich hab keine Ahnung wie das funktioniert, mal weiß ich nicht guck mal, saug den stein auf oder saug das herz an geht mal her nö ok also, keine updates hier für mich ich weiß nicht, wann eigentlich die steine nicht kaputt kriege ddm ich bin wirklich gespannt ob wir in diesem zwischenraum jetzt schon ein von den von den Trio da finden. Also wie man letztes Mal sagt, wir konzentrieren uns auf das Good-Ending, ihr das Bescheid wisst. Muss ich aber auch sagen, ist für mich ein bisschen angenommen. Weil sonst ist es immer so ein bisschen ach, muss man sich wieder komplett schlau machen, was ist hier eigentlich los und so was, aber diesmal nicht. So, hier oben war der schöne Energy-Tank, ey, der war so cool, dass wir ihn einfach bekommen haben. Aua! Ach, dann droppt halt keine Energie. So, hier der Zwischenraum. Ich bin hier spannend. Ich weiß nicht, die können sich überall verstecken. Vielleicht so per Zufall oder so. Ich guck mal. Hallo, ist hier schon jemand? Oh, scheiße, er ist es wirklich Bit. Willkommen, X. Ich bin Bit. Ich habe meine Befehle. Du musst zerstört werden. Gar nicht, ich soll es mir doch lebend einsammeln. Ich habe es in euch gesehen. Ob der eine Schwäche hat, Leute? Ob der hier Eis-Frost-Damage hat? Und ich werde es nie erfahren. Oh, Mann, ey. Die Rhinos-Sages, die ist so lang. Hm. Hm. Ach, meine, glaube ich, auch wieder ab ewig. Man sollte die jetzt finden, die Säcke. Mann, wie er immer noch immer schießt. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer da ist oder ob der echt an Genie oder woanders sein kann. Deswegen immer gegen Over-G, das ist der bisher jetzt nicht. Ja, weil das, wie gesagt, ein bisschen anders als bei Mega Man X2. Boom. Hups. 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 Aber sieg werden müssen sie. Und da kommt man noch nicht drum rum. Eben, weil die halt genau in diesen Zwischenräumen halt immer auf einen warten. Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö. Wow. Dö-Dö-Dö-Dö-Dö. Dö-Dö-Dö. Wow. Hm, 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 hm. Dash doch mal durch hier Mega Man. Du bist doch der Mega Man. Dö-Dö-Dö. Ups. So, er hat mein Auto in der Mitte durch. Hups. Jeden. Hups. Dö-Dö-Dö. Okay. Das war der Versuch, oder? Der kann jetzt, weil man jetzt ohnehin wieder weg ist. Dö-Dö-Dö-Dö-Dö. Alter, er ist einfach back So Feuer und gleich wieder Alter, voll geladen hier Ach so Den könnte man schaffen, oder? Oh, ich habe aber gar keine Dings Okay, Leute, wenn der jetzt den Raum bewacht, dann würde ich hier schlecht Den könnte man aber doch nicht schaffen Aber wie ist das denn noch? Der hat einen Ring? Den Verfolgungsfeuerball? Und wer weiß, was hat noch? Hat der noch, in der Tat? Boom Boom Ja, Leute, wie gesagt, in der Stage hier Ey, da droppt einfach keine Energie Ich kann jetzt vergessen, hier meine Energy-Tanks aufzufüllen Das kannst du einfach vergessen Ich frage mich, was das soll Warum droppt der nischt? Warum droppt der nischt? Hier, die droppen oh nischt Richtig doof Kaum Gegner, die Energy droppen Also habe ich ja gar keine Chance, ey Ich muss doch mich irgendwie ein bisschen heilen können Boom Ja, muss ich jetzt echt wieder woanders hin gehen, ey Verdammt Ich wollte mir der Whino jetzt schnappen Mann, das war fies Ich kann schon wieder vergessen Weil ohne Heilung Warum droppt denn hier nix? Warum liegt hier nischt rum? In anderen Stages lag der Opa drum Ja, hier nicht Hier ist jetzt wieder alles vorbei Aua Die droppen auch kaum wat Das sollen nicht die einzigen sein, die wat droppen, oder wie? Nö Auch alles random Hm Ähm Das kann ich vergessen Ja, der ist halt ganz schön fies, ey Sein komischer Ring auch Der Ring ist aber wenigstens nur unten auf dem Boden Muss ich trotzdem irgendwie irgendwie ganz komisch ausweichen Mann Aua Ey, wat ist denn? Ja, mit meinem jetzigen Status kann ich das vergessen Mit meinem jetzigen Stand Alter Dass der auch so So fliegt Dass ich nicht unter ihn durch kann Und auch nicht über ihn rüber Okay, die Welt ist erstmal gelockt, Leute Ausgesperrt aus der Welt Ich muss entweder weniger Schaden kriegen Oder halt eine Schwäche vor ihm haben Wohin wir denn jetzt hin? So, komm, hier in der Welt waren wir noch nicht Das sieht wieder, äh Ist das eine Wasserwelt? Ne, ist das eine Dammwelt Oh, Mann Giftiges Seepferdchen Ist das ein Seepferdchen? Also so eine Wasserwelt Vielleicht mit meiner Eiswaffe erhüte Chancen Wir müssen gucken Alter, was ist das für ein fetter Roboter? Der natürlich auch keine Energie droppt Nur, warum? Hier droppt nichts Energie Da warten wir jetzt echt von wegen Ja, muss halt immer wieder in die Eiswelt gehen Um da alles vollzuladen Das ist ja schon giftig Ja, richtig toxisch Ja, die waren bisher die Einzelnen, die dann irgendwie so weit droppen Aber anscheinend auch mit einer Rate Die ist auch nicht von dieser Welt Und jetzt habe ich gewissene Wasser drin Oder, äh Ich weiß jetzt für Schaden dauerhaft so ein bisschen immer Der wäre schon fies Der Beglocker ist Heilung, ne? Aber, äh So Für den Energy Tank Wo, 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 wo ist Megaman? Geh da doch mal hoch Megaman aufladen und dann schön reinballern So, ist das gut und hübs Yeah Oder man sucht sich halt echt erstmal die Die kurzen Stages oder so Falls das welche hebt Du, eine ist sehr lang Ich weiß jetzt nicht, wie lang die hier geht Hoffentlich ist hier nicht der andere Typ drin, ey Okay, weil dann Wie soll denn, wenn die Welt auch erstmal aussehen Außer Frage, außer Reichweite Weil die zu stark sind und mich aussperren Wo zieh hin? Ein Herz Oh mein Gott Einfach mal ein Herz Richtig fuffui Yeah Du Ganz wenig Punkte Okay, wir haben eigentlich mal ein Herz Hat einfach mal so rumliegt Sehr schön, Leute Das freut mich So Zwischenstattpuffen ist der nicht da Bitte nicht Scheiße Ach, kommt jetzt immer erst er Kommt der jetzt immer? Äh Wie man nicht über ihn rüber kann, ey Ey, das ist doch Ey, ist das fies Okay, der kommt jetzt halt immer Oh, oh Ob ich noch irgendwelche Sachen noch kriege In den anderen Leveln Bevor halt Ja Ich hätte jetzt schon Ja, zu spät Das ist richtig fies Ja, du hast die Schwäche nicht von dem Der wird ohne Schwäche haben Ganz klar Ja, ach, du wusstest nicht Weil das dein erster Playflow ist Ja, das ist der Pächer Jetzt hast du Äh, den ultraschweren Playflow Einfach rein aus willkürlicher A-N-G-Zufallslust Äh, einfach bekommen Sorry Man, ey, wenn das jetzt wirklich so ist Da gab es nur noch ein paar Welten zur Auswahl Aber ich da noch irgendwelche Sachen finde Kein Plan, ey Ja, bin ich jetzt echt Äh, hier ausgeschlossen Dass ich irgendwelche Leveln auf der Ende Und neue Waffen kriege Ja, ich wieso nicht, Mann Meine komische Eiswaffe Die ist halt mega langsam, ey Die ist aber schon Wieso garantiert keine Schwäche Ups Am besten komme ich hier halt immer schnell hoch Zu dem Waffen Aua, ey, wieso? Ich habe dich doch von Abgeballert Da hast du nicht mehr überlebt Mit uns im Gruppen Ding hier I-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Ups ich kann nicht gesehen haben das hier energy runterklecker dann haben klu runter gespielt so ich habe super jetzt heftig schwer aber so umso unfair schwer wieso ist er jetzt weg er ist weg habe ich schon erwähnt okay na gut dann gehe ich einfach mal weiter als spieler hat man ist auch wieder so merkwürdige design entscheidung hier wird erzählt jetzt hier ruf kann ich jetzt verlassung beruf nicht geht unter cigarette way ins wasser richtig ist wieder richtige weg oder so ist wieder so ein ding davon habe ich wohl nicht ein teil eingesammelt kann die auch tatsächlich erst gar nicht benutzen ich muss erst das richtige erste teil muss ich erst überhaupt finden wow da war so eine schildkröte okay tun oder panzer die würden schon einiges vereinfachen aber wenn du halt nicht weißt wo die sind jetzt hier noch das ist gut oder schlicht haben sie wieder aufpassen weil ich natürlich wieder übelst hoch springe könnte aber vielleicht so etwas tollen führen oder es sind einfach das level die gruppe ich die muss man wo die sprung und dann gleich in den nächsten gegner wien sie sind die schüttel nicht lässt natürlich nur eine höchste man hat einfach zwei wege zur auswahl ob man lande kommt schon mega das war eine falle super noch fallen oder ich muss ja halt irgendwie irgendwann bräuchte noch um hinzukommen die 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 ganze scheiße mal machen es kann ich noch mal durch die stacheln durch und die anzeigen alle wieder da so ist nach sequels nicht weil es die falle danke doch doch mal wissen energie mann hier schweine danke jetzt bin ich jetzt hierbei wenn im wasser kampf ein noch ein leben ich gucke mich aus mit Frost, Alter, weil komm, wir sind im Wasser. Der wird schockierfrostet. Oh, nee, er ist Zwischenbost, toll. Oh, nee, die Waffe ist doch richtig kacke, oder? Ich hab ja keinen Bock, denn so aus ist die so wieder weg. Weiß mal, check mal, ob ich überhaupt trifft hier, weil ich berühren darf und was nicht, ey. Okay, der ist down. Ich kann da schon unter ihm durch, denn der Tentakel berühmt sich irgendwie nicht, nur seine Schosse. Ey, jetzt erstmal die Hälfte des Levels ist oben, das ist auch wieder so ein riesen Level. Oh, wow, Heilung. Schnell weiter. Ich werde doch sowieso wieder sterben. Oh, was abgelassen, warum? Wer hat denn da die Spülung gedrückt? Na, wo? Ich muss schon sagen, hübs. Okay, Energy, hübs. Für meinen Tank. Oh, Mann, wo bin ich denn hier? Oh, das bin ich hier am Damm. Buh, du, 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 du. Bala. Wow. So. Didi-di-di. Hab's didi-di. Ist mir was geil noch versteckt? Moment. Wof. Äh, nö. Dö, du, 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 du. Pada, bum. Bum, 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 bum. Aua. Du, 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 du. Bum. So. Du, 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 du. Die Mucke ist natürlich wieder geil, ne, aber... Boah, kommt man hier... Okay, doch, Dash hat man ja von Anfang an, ne. Ich hab beinahe gesagt, kommt da nur mit der Luft Dash lang. Okay, wir scheinen da zu sein. Mit einem Versuch leben, zum Testen, und dann tot. Ich würde eigentlich gerne bei meinem Buster bleiben, weil der ist schön schnell, den kann ich schön abfeuern. Bitte mach kein Wasser. Springt der? Ach, Mann. Man dasht durch, aber der ist einfach so groß. Man dasht durch, man versucht's, aber der ist einfach so groß, dass er einen noch trifft. Oh, Mann, der ist so ein langes Stage, ey. Na, ich weiß nicht. Vielleicht hat er Frost, vielleicht ist seine Waffe, seine Schwäche. Ich muss gucken. Na, nicht so langsam. Ich kann bisher nur Schmutzwaffen. So, okay, hier, Mann. Friss! Oh, je, es ist eine Schwäche! Ja, mein Geil, Leute! Schmutzwaffen! Ich bin einfach in die Sprung. So, fühlt sich an, wenn man einfach rinspringt. So! Ja, ich bin einfach in die Sprung. Ja. Ja, ich bin einfach in die Sprung. Ich bin einfach in die Sprung. Und jetzt können wir die Gummibälle schießen, oder was? Man, die Waffen werden ja immer besser. Gummiballen! Boah, die Farben werden immer cooler. Was ist das, ey? Sieht so schick 3D aus, Mann! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du zweiter Stealth. Ja, das ist wohl immer weg. Und selbst wenn, der hat ja nichts. Aber nee, die muss man besiegen. Also die verstecken sich jetzt halt. Irgendwann habe ich hier eine Wahl mehr. Dann muss ich die irgendwie besiegen, bevor ich da weiterkomme. Die sind doch noch im Nachhinein hier. Die können doch noch im Nachhinein irgendwo sein. Ich würde gerne immer noch Wino probieren, ne? Wino, Wino. So, jetzt habe ich vielleicht das Asset seine Schwäche, weil er so ein Drillmaster ist. Ich weiß immer nicht, was er überhaupt macht. Da muss man erst mal hinkommen. Wenn ich Pech habe, ist jetzt Wird wieder da. Boom. Dann wird jetzt in Energy Tail, Leute. Da wird auch viel sammelt. Da wird auch viel sammelt. Boom. Ey, man schießt schon so schnell los. Der schießt trotzdem noch. Alter, Leute, ey. Ja, boom, boom, boom. Scheiße, ich bin gespannt. Ich glaube, ich bin wieder da bei diesem Mittelraum und dann. Da hat er hier auch noch so ein Zwischenboss, ey. Warte mal, kann ich vielleicht mit Acid das hier kaputt machen? Ich weiß das halt nicht, ne? Ich greife nach Strohhalm. Alter, Acid B. Wie schießt du das denn, Mega Man? Nix. Das ist Stein. Also, das ist toll, wie ätzend das ist. Da kann ich mal Stein wegätzen. Beste Waffe. Scheiße, ich bin mal nicht, dass das jetzt seine Schwäche ist. Ich glaube es nicht. Boom, boom. Du, 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 du. So, ich muss hier hoch, Mann. Badum. Schisch. Ey, keine Energy Drops, ey. Ist so mies. Ist so schlimm einfach. Mal gucken, ob jetzt Beide leider ist oder Beide ist da, wer ist da, ey. Beide ist Beide da. Hopps. Mann. Drop hat keine Energie, ey. Dumme Dinge. So, Beide bist du schon wieder da. Dann probier dich mal wegzuätzen. Oh, oh. He's back. He's back, Leute. He's back the ass. Boom. So. Die wollt ihr noch wegätzen, ne? Mal gucken, ob das klappt. Das ist schon. Erste Beam. Jemand. Ja, Mann, ich kann nichts machen. Der ist richtig Auto-Aim hinter mir her und ich bin schon wieder tot. Ja, Leute, ich komme nicht klar. Das geht nicht, ey. Der ist so schnell und der ist bei mir. Er steht in mir drin und tötet mich. Jetzt wird der erst mal Part vorbei. Mann, ey. Wo ist denn die Rüstung? Ist das in allen möglichen Leveljahren? Rüstung? Nee. Die ist noch richtig versteckt. Das ist bestimmt wieder bei meinem Glück ja, der letzte Leveljahr betritt. Wir gucken. Wir machen weiter. Wir gehen neue Leveljahr an. Der sieht irgendwie aus wie ein Krebs. Vielleicht sieht die ja cool, die Stage. Na, bestimmt nicht. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.